Hallo, ich bin Bettelbalbasti und auch ich bin auf dem Alligator Album Triebwerke vertreten. Warum wir einen Track gemacht haben? Naja, wir sind beide Väter geworden vor kurzem und ich bin natürlich der viel bessere Vater, das viel bessere Vorbild. Und wir lassen ihn natürlich gerne raushängen. Ich meine, der Alligator denkt, der hat auch einen tollen Sohn, aus dem ganz toll was wird so, aber mein Sohn, der wird ihn um Längen schlagen. Seid gespannt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 für funk, 2017 ... Vielen Dank.